Hallo Zirkusfreunde, ich bin's wieder, euer Klaas und heute besuche ich den Zirkus Narnia in Kranenburg, der hier ein Gastspiel gibt. Und ich werde hier heute mal ein bisschen filmen und will mit euch in eine Welt aus Menschen, Tieren, Sensationen eintauchen. Kommt mit! Wooo! 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 Vielen Dank. 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 Bye. Bye. ... 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